On the way with SPIN So, guten Morgen. Taschenlampen waren bekommen. Ich bin auch früher heute geflüchtet. Ich kann mir erklären heute warum. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich melde mich schon eine Weile später. Ich habe gerade gefrühstückt. Das ist ganz einfach. Also in der Herberge waren mindestens drei bis vier Leute mit Symptomen. Und ich habe es nicht länger ausgehalten, die dann wirklich respektlos durch die Masse gelaufen sind, dass ich entschieden habe, ich verlasse die Räumlichkeiten. Morgens um sechs ging aus der Wecker, war eh nicht zu ertragen eigentlich, weil noch drüber ein Stockwerk war mit Holz, da haben sie alle Sachen auf den Boden geschmissen. Also sind wir heute etwas früher los und wie spät ist es noch so dunkel, dass ich es nicht sehe. Seht ihr jetzt? Ne? 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 Ah, viertel vor acht. Jetzt wird es langsam hell. Achso, es geht zum Monte de Gonzo. Ich will mir das Ganze mal anschauen. Ich bin immer dran vorbeigerannt. Ich werde mich in einer der Herbergen dort niederlassen, ohne Reservierung. Ich denke mal, bei insgesamt über 2000 Betten werden die das schon auf die Reihe kriegen, dass ich was bekomme. Also bis dann. Tschau. Ah, es ist schon eine... Jetzt geradeaus auf ROAP Regime. Nochmal, es ist schon eine schöne Morgenruhe hier. Die Stimmung ist unschlagbar. Oh, ich muss Fotos machen. Tut mir leid. Und hier ist sie nun. Die berühmte Bushaltestelle, die hier ist, die kennt wohl jeder. Hier, oder? Ne, ich auch nicht. Bei nächster Möglichkeit rechts. Ich hätte euch ja gern den Startpunkt oder den Start der Maschine gezeigt. Alle sind hellaufbegeistert, gucken in die Richtung der Maschine. Und ich kann euch gleich zeigen, was sie sehen. Nichts. Das Problem ist Nebel. Nebel, Nebel, Nebel. Also es tut uns leid, ich kann euch noch mal den Flughafen zeigen. Oh Mann, der Tag. Ich weiß auch nicht. Die möchten nicht, dass wir aufhören zu pilgern. Seht ihr es? Da ist es. Die Außerirdischen sind gelandet. Der fährt jetzt hier ein Stück vor. Ich weiß nicht, dass da vorne die Landebahn zu Ende ist und wir dort hinlanglaufen. Aber wo ist sie denn? Jetzt hinterm Gebüsch. Nein, da kommt sie. Ah, schau. Jetzt dreht sie schön für uns ins Gesicht, in die Nase. Lecker. Und die Start- und Landeintervalle sind ja auch etwas kürzer seit Neuestem, nachdem sie die Wings an der Seite dran haben. Das könnte sein, dass, ja, er kriegt die Genehmigung zum Durchstarten. Jawohl. Er kriegt sie. Und die Maschine hebt ab. Yes. Hinters Gebüsch. Bon Camino. Also wer jetzt noch seinen Stein noch in der Hand hat, möge ihn bitte jetzt fallen lassen. Weil jetzt ist die letzte Chance. Aber das sind eher Kuscheltiere. Einen Armbänder. Äh, du, der Armbändel da, wo du da hast. Der bleibt am Arm. Der bleibt am Arm. Dann bist du aber Arm ab, nee, Arm dran. So, jetzt könnt ihr dreimal raten, wo wir sind. Erste Mal falsch, zweite Mal falsch, dritte Mal falsch. Oh Mann, es tut mir leid, ich muss euch erklären. Wir sind an der Befeuerungsanlage von der Landebahn. Aber viele Leute kennen das bestimmt, die sind hier schon ab und zu mal vorbeigelaufen, weil wir als Pilger werden natürlich befeuert. Und, oder? Hey, guck mal, extra Beleuchtung für uns. Yeah, Bon Camino. Ja, jetzt muss ich noch einen Schwank aus meiner Jugend erzählen. Also auf meinem ersten Pilgerweg, wo ich hier, hier gelaufen bin. Das Thema war, also ich habe keinen guten Empfang, weil ich muss ein Total-Backup vom Handy machen, bevor ich den Leibstrich mache, weil es ist kein Platz mehr auf dem System. Okay, hier geht es den Weg geradeaus zum Flughafen. Und der ist ziemlich lang, weil die Landebahn ziemlich lang ist, also ein paar Kilometer. Und da hat es quasi, wie gestern Nachmittag, geschüttet. Jetzt umkehren. Geschüttet wie in Strömen. Und dann kam ich quasi in der Terminal an und habe mein Flugticket gekauft. Und danach musste das Putzpersonal meine Pfütze vor dem Schalter quasi wegputzen. Aber da habe ich mir dann entschieden, diese Kilometer, die ich zur Landebahn hinterher gelaufen bin, zum Terminal, diese bin ich dann mit dem Taxi hier rechts rüber ins Hotel gefahren. Das war die Geschichte vom ersten Jakobweg. Und da war es richtig nass. So richtig nass. Jetzt umkehren. Ja, ihr hättet auch nichts dagegen, wenn ich jetzt umkehren würde. Ich wollte ja meine Videos gucken, wie ich es mitbekommen habe. Die Tour wird angepasst. Aber wir werden noch eine Selbsthilfegruppe live einrichten, wenn ich zurück bin. Da werden wir dann eine schöne Live-Sendung miteinander machen. Und darüber haben wir alle small-talken miteinander. Ich bin da in Santiago am Flughafen in der Kathedrale. Ich bin da in Santiago am Flughafen. So, jetzt sind wir hier mal ein bisschen etwas entspannter an der Stelle und zeigen euch, wie entspannt der Jakobsweg an der Spitze des Steines sein kann. Und ich werde hier von Fan-Traum umgarten. Schöne Frauen, die... Die Tour liegt rechts von dir in 250 Metern. Ja, der einzige Fan, den ich habe, ist Komoot, der immer einredet. Die ist ihm da. Und der Scheißhausfliege. Und der ist gut drauf. Die Tour liegt rechts von dir in 300 Metern. Die Tour liegt in 300 Metern. Die Tour liegt in 300 Metern. Kann mal jemand den MP3-Player ausschalten? Nein. Das ist live. Camino-Musik. Das ist die Tour. Das war's für heute. Ja, wir schaffen es endgültig, uns nicht mehr von der Masse zu entfangen. Keine Chance, dass wir da irgendwie rauskommen. Wir werden jetzt mit Menschenmassen leben müssen. So, hier gibt es jetzt quasi der Souvenirladen. Sehr schön. Du bist zurück auf der Tour. Seht ihr das? 6,5 Kilometer. Also, wir haben jetzt morgen 4 Kilometer, also haben wir noch 2,5 Kilometer bis ins Feriendorf für Pilger. Also, wir gehen ja dann nach Monte de Gonzo. Da seid ihr ja dabei. Ich will es mir mal anschauen. Aber ich bin nur in einer der großen Herbergen. Also, ihr werdet nur eine sehen. 6,5 Kilometer. Das ist dann quasi... Nein, 6 und noch die Hälfte. Folge dem Weg 900 Meter. Ja, das weiß ich, dass ich da noch hin muss. Aber guckt mal da vorne. Der Pilgerstrom reißt einfach nicht ab. Das ist abartig, was hier los ist. Oh Mann, oh Mann. Zum Glück laufen wir morgen, weil die sind dann heute alle weg. Aber dann kommen morgen wieder Frische, gell? Mhm. Wo sind wir hier gelandet? Ich laufe doch den Camino Normal, nicht den Camino Norte. Ganz schön hier. Das sind die kleinen Kirchen, schon Highlights hier. Bitte anstellen. Also hier, ab hier noch eine Stunde. Anders will ich es nicht bezeichnen. Genau, vielleicht sollte man einen digitalen Stempel für das Handy erfinden. Echt unfassbar, oder? Guckt euch das an. Also ich laufe den Jakobsweg weiter. Was machst du? Da oben laufen auch Leute. Ach du, wie es sind. Und hier, an dieser Stelle, ich zeige es euch mal, seht ihr das tolle Pilgerdenkmal? Überraschung, ich habe es wegretuschiert mit Photoshop. Und wenn ihr nicht mal kommt, müsst ihr das auch wegretuschieren, dass es dann nicht mehr da ist. Nee, es gibt es einfach nicht mehr. Die haben es irgendwie eingeebelt, hat mir einer gesagt. Ich laufe jetzt aber nicht hoch, weil ich gehe jetzt in meine Unterkunft, es fängt schon ein bisschen an zu regeln. Regnen. Also... Wir mussten doch feststellen, dass wir hier hoch müssen, weil da es zu unserer Herberge geht. Und übrigens da hinten, seht ihr, da ist Santiago. Seht ihr die Kathedrale? Gut, ich auch nicht. Wenn ihr sie jetzt seht, dann mache ich mir Sorgen. So, und das Pilgerdenkmal haben sie hier flach in die Mulde gelegt. Ich weiß zwar auch nicht warum, aber kann man machen, aber ich weiß nicht warum. Verstehe ich nicht. Ich schlafe mal wieder raus und zeige es euch. Bei nächster Möglichkeit rechts halten. Das ist jetzt das Pilgerdenkmal. Traurig. Nichts mehr Schönes. Jetzt sind wir quasi in der Alberge Santa Clara. Und das ist tatsächlich so, da ist nicht viel los. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Alle rennen jetzt die letzten vier Kilometer runter nach Santiago. Und so sieht ein Doppelzimmer aus. Also es ist so, das Schlafsaal kostet 10 Euro. Doppelzimmer mit eigener Dusche und alles kostet 20 Euro. Das kann man sich mal gönnen. Oh. Ja, und draußen fängt es auch an zu regnen. Das ist also eine gute Entscheidung, weil so haben wir damit eine Chance, morgen quasi nach Santiago einzulaufen. Wenn das Wetter ein bisschen besser ist. Zumindest soll es nicht regnen. Also, morgen, Santiago, 11 Uhr. Ihr wisst Bescheid. Ich gucke, dass es technisch hinhaut. Und ein technischer Hinweis noch. Der Stream wird neu aufgesetzt. Das heißt, wenn ihr jetzt quasi auf diesen aktuellen, vorgemeldeten Stream reingeht, werdet ihr ihn nicht sehen. Das ist technisch nicht möglich. Das heißt, ihr werdet einen neuen Stream neu aufkriegen in meinem Kanal, wo dann quasi die Live-Übertragung stattfindet. Ab 11 Uhr ist geplant. Ich hoffe, dass technisch alles hinhaut. Und dann laufen wir zusammen auf den Platz und legen uns mal hin. Und wir schauen uns einfach mal eine Weile die Kathedrale und die Stimmung an. Da gibt es keine Musik, da gibt es nichts, sondern einfach nur am Anfang dumme Kommentare von mir. Und zum Schluss gibt es dann halt einfach nichts. Außer wir gucken. Ich kann auf den Chat nicht reagieren. Das kann ich gleich schon mal sagen. Ihr könnt untereinander miteinander reden, aber auf den Chat kann ich nicht eingehen. Lässt einfach mein komplettes Serviceteam total überfordern. Das besteht aus mir, mir und mir, das Serviceteam. Das bedeutet, ich bin Personalunion, nennt sich das so schön. Also ich wünsche euch was. Morgen dann. Einlauf. Das bedeutet, ich bin Personalunion, nennt sich das so schön. Das bedeutet, ich bin Personalunion, nennt sich das so schön. Das bedeutet, ich bin Personalunion, nennt sich das so schön. Das bedeutet, ich bin Personalunion, nennt sich das so schön. Das bedeutet, ich bin Personalunion, nennt sich das so schön. Das bedeutet, ich bin Personalunion, nennt sich das so schön. Das bedeutet, ich bin Personalunion, nennt sich das so schön. Untertitelung des ZDF, 2020